Jagaloo, das Musikmagazin, jetzt mit Jagaloo, Chris und Gospel, Teil 2, Begriffe umschreiben. Also angenommen, hier steht dann jetzt Bahnhof drauf, da muss er den Bahnhof umschreiben, ohne sowas wie, da fahren Züge rein, auf Schienen und so zu sagen, sondern irgendwie so drumrum, drumrum beschreiben. Haben wir eine Jury? Du musst, achso, das muss ich ja dann eigentlich sagen, ob dann, ob dann, ja, wir versuchen es einfach mal. Der Erste, Wortgewand, wie du bist. Boah, okay, also wenn man, man könnte sagen, Adam und Eva sind das in gewisser Weise. Es geht um ein Oberhaupt von einer Abstammungslinie. Das ist auch echt schwer, okay. Wie heißt denn das dicke Ding bei einem Baum? Wo der Baum, wo die Krone drauf sitzt, das ist der? Ja. Und jetzt nehme ich was, also Stamm ist das erste Wort, jetzt nehme ich was und ich trage es in meinen Händen. Ich. Oder wenn man, man sagt etwas fest. Etwas fest. Oder Howie hat das Mikro. Er, was macht er mit dem Mikro? Er. Okay, gut, das ist auch relativ schwierig, dieses Wort. Ähm, ähm, die Brüste einer Frau, die packt man in einen Büsten? Mit Brüsten funktioniert das doch. Eigentlich ist das jetzt wieder ein Begriff, den du pantomimisch, aber, ähm, umschreib einfach mal. Ähm, abgemagert? Na, okay, das ist gemein. Das ist gemein, okay. Ähm, ähm, bei welcher Tätigkeit sagt man, hier kommt das Vögelchen? Ja, und, ähm, Leute, die sehr, also ich weiß nicht, was ich sagen darf, also Leute, die sehr auf ihr Äußeres bedacht sind und das auch gern vor einer Kamera, also der Foto hat es ja schon gesagt, vor einer Kamera machen, sind sogenannte, und jetzt beides zusammen, dein erster Begriff, mit dem Vögelchen und Models zusammen macht. Ah, no. Ich wollte, ja. Jetzt könnte es lustig werden, vielleicht, aber auch, ne, das ist auch so ein schöner, schöner, pantomimisch. Kann ich auch pantomimisch darstellen. Pantomimisch. Können wir das mal ohne T-Shirt sehen? Was ist das? Du wackelst mit der Brust. Das ist der sogenannte Gospel-Brustwackler. Der kommt, der Gospel-Move. Okay, ähm. Wenn man jemanden eine reinhaut, kurz davor macht man manchmal was, man... Oder man, äh, jemand, der, jemand, der so ein bisschen drauf ist, der hat spastische Zuckung. Genau, und was mit meinem Brustbereich, was, also mein Brust besteht zu 99% aus? Kruppstahl. Kruppstahl. In biologischer Form. Also wenn man mich sieht, ist das Erste, was einem einfällt, ist ja, boah, hat der... Ruckis. Genau, und jetzt passt so weit es zusammen. Kruppstahl-Ruckis. Sehr hübsch, sehr hübsch. Bin mal gespannt, ob ihr draußen draufkommt. Okay. Dann machen wir weiter. Okay. Wir müssen die Lösung ja nicht verraten, weil die Leute sollen ja kommentieren. Das machen die ganzen, äh... Nee, warte mal. Also in Kreuzberg... Politisch korrekt, ne? Politisch korrekt, ja, das ist ein bisschen doof. Sonst kannst du dich nicht mehr in deinem Kiez auffallen. Also in meinem Kiez sind viele Leute, die... Wir sind ja ökologisch versiert und wir fahren... Ah, jetzt habe ich fahren gesagt. Piep. Na, versuch mal weiter. Vielleicht wissen die Leute ja nicht, was du meinst. Okay, zugedröhnte Leute, die durch Frankreich sich begeben. Warum durch Frankreich? Wegen der Tour de... Achso. Oder zum Beispiel... Ah, das war... Äh, 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 äh... Man kann es ja auch einfacher machen. So von wegen, es ist so eine Art Sport. Ja, es ist so eine Art Sport, bei der sehr viele Mediziner involviert sind. Nein, also pass auf, man läuft nicht, sondern... Man läuft jetzt. Genau. Und dann gibt es so ein Ding, da kann man schön klingeln. Ja, ja, genau. So, und der Letzte? Es bringt sehr viel Glück. Man sagt immer, man kriegt Glück durch so Glücksschweine, durch Hufeisen oder durch Kleeblatt oder durch eine Berufsgruppe, die davon lebt. Ja, sehr gut. Weiter geht's im Teil 3. Bye. Tschüss. Bye.